So Freunde, war's dir geht, Battlefield 1. Heute dreht sich alles um die Hurt, die Rang 10 Versorgerwaffe. Gehört jetzt nicht unbedingt zu den besten, ist eigentlich die übelste Hitmarker-Maschine, aber das Teil macht einfach verdammt viel Spaß zu spielen. Ist mal was anderes, dementsprechend gönnt euch Freunde. Gas! Automatiko hat 6 HP. Geh da oben jetzt rein. Geh hier rein. Geh hier rein. Gut, Hurt. Bin hier drin. Oh, ich hab keine Muni mehr für die Hurt. Ich geh mit der M1911 durch. Da läuft einer. Oh, stabiler Spawn hier auf jeden Fall. Oh, noch ein stabiler Spawn. Ja, er hat halt Spawnschutz, ist genau uns. Ich werd von hinten angefistet. Oh Mann, Mara, wie kann man denn angefistet werden? Hallo, wo sind denn die Gegner hier? Das macht keinen Spaß. Hinter dir, hinter dir. Hinter dir, vor dir zwei. Oh, vor mir ist einer. Tod. Medic. Ja. Call Me Music macht das schon auf meine Ansage. Mann, jetzt bin ich hier. Medic. Da ist ne Shotgun oben. Kill die erst. Ich bin hier mit meiner Hurt. Revive. Was, der ist nicht down? Oh Gott, hier geht der übel, die Action. Ich werd geblockt. Hallo. Du stellst dich in das Feuer, Mara. Wurde er vom Feuer geblockt? Ja. Ich geh hier rein. Bringt fest. Ich geh hier rein. Bestimmt hier drin. Nee. Bestimmt hier drin. Oh, ich hab sie gefunden. Oh, nicht flossen. Ich seh nix. Stellt euch das nicht direkt vor mich. Alles gut. Er braucht da Muni. Nicht mit mir, mein Freund. Rechts noch einer. Nicht mit mir, mein Freund. Ah. Da oben. Was macht n' er hier? Huh. Hm. Oh, hinterher. Die wurde von Ingvar Kamprad getötet. Oh, die Waffe ist so geil auf Distanz, ne? Meinst du die Hurt? Ja, die Hurt. Ich hab Ingvar Kamprad wieder getötet. Oh, ja, Mann. Die Hurt. Oh, ja, die Hurt. Oh, ja, die Hurt. Mit Marathon. Uh, in der Ecke. Hast du ihn? Ja, klar hab ich ihn. Ich hab einen mit der Hurt. Ich hab's. Taube, Taube, Taube. Pigon. Bleib mal hier. Gönnt euch mal meine Muni hier. Kass, hallo. Oh, Gott, 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 oh. Oh, da oben geht noch was. Nee. Ach, da ist noch jemand drin. Oh, nein. Es sind noch zwei. Hier, gönn dir. Hab noch nicht geschossen, wie soll ich mir da was gönnen? Also nicht. Jetzt reload ich ja. Ah. Victory. Nein, komm her. Ab ein. Ich kann nicht berg hoch. Oh, nein. Ich war ein Medikit. Oh, die kommen da. Oh, fuck. Ich hätt so. Mara. Nein, eskal. Mara. Oh, 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 oh. Mara, du machst das, ja? Oh, Gott. Mara, machst du das? Ja, Musik ist gerade angegangen. Der Spoon. Mara, nein. Oh, 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 oh. Geht da jetzt hoch? Hallo, Block! Ey, jetzt kann ich die... Da, da... YMCA Lalalalalala YMCA In the middle of the street Lalalalalala YMCA in the middle of the street, okay Ulul, Villa Jungs Jungs Ja, wo? Hier, Hilfe! Rechts Mara, das ist keine Villa Nein Habt ihr die? Villa! Weeg! Nein, ich bin durch und durch gecharged Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn Oh nein, nein, mach doch die Tür nicht Da liegen zwei Panzerbüchsen Medikits Ja! Ah! Oh nein Wirst du hier ran? Wirst du hier ran? Nein, 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 nein Ich bin schon wieder Ich möchte, bitte Cass Nein! Cass? Ja, ich hab ein Medicproblem Auf mir, auf mir, auf mir, auf mir, der ist auf mir Der ist tot Und wie gefällts dir so? Ah, nicht so Oh, was geht denn hier? Kommt ihr mit unter die Erde? Ja, ich bin gleich tot Unter die Erde ist, unter der Erde ist nix mehr Oh, die kommen hier wieder alle, wo sie am Anfang spawnen Oh! Oh! Macher Ja, von wo? Ja, das war... Oh, diese Waffe, komm! Wieviel wollt ihr denn noch? Nein! Ach man, diese Hitmarker-Maschine ohne Witz Die schlucken und schlucken Schlucken und schlucken Aber die Waffe ist geil So, ich hoffe, euch haben die zwei Runden mit der Hurt gefallen Freunde, ich kann euch nur sagen Probiert das Teil auch einfach mal aus Auch wenn es wirklich nicht zu den Besten gehört Habt ihr eben auch gemerkt So, die ein oder anderen vielen Hitmarker-Momente waren wirklich da Aber irgendwie bringt die Waffe ein megacooles Feeling drüber Dementsprechend probiert das Teil einfach mal aus Ich hoffe, euch hat das Video gefallen Falls ja, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben Ein Like! Vielen Dank für euren heftigen Support Dickes Danke geht raus an euch! Wenn ihr auch keine weiteren Battlefield-Videos verpassen möchtet Dann freue ich mich auch sehr über ein Abo Jeder ist herzlich willkommen Ich wünsche euch doch einen wunderbaren Tag Macht's gut! Bis zum nächsten Video Bis dann, haut rein und tschüss!